Implementierung von Dateisystemen. Also wenn Sie mich schon kennen, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich fange immer gerne an mit ein paar Lernzielen und Kompetenzen. Und was sollen Sie heute mitnehmen? Ich wünsche mir, dass Sie die grundlegenden Konzepte bei der Implementierung von Dateisystemen kennenlernen. Ja, also Sie werden sie nicht komplett durchdringen können, aber Sie werden sie definitiv kennenlernen. Und Sie sollen grundlegend verstehen, wie Lese- und Schreibzugriffe in modernen Betriebssystemen ablaufen. Wir haben nur einen Teil. Also Teil 1 ist heute Implementierung von Dateisystemen. Und das entspricht dem Kapitel 40 in Ausdeb, Filesystem Implementations. Und da nehmen wir heute im Prinzip auch die kompletten Themen durch. Als kurze Wiederholung, was haben wir bisher gemacht? Wir haben kennengelernt in den vergangenen Vorlesungseinheiten, wie sich Prozesse und Ferts implementieren lassen. Wenn Sie das nicht mehr wissen, schauen Sie sich nochmal die Videos an von den ersten paar Einheiten. Wir haben die letzten paar Einheiten damit verbracht, kennenzulernen, wie eine Festplatte funktioniert. Sie erinnern sich, ich habe auch mal die Hardware-Festplatte für Sie extra aufgeschraubt. Dann haben Sie kennengelernt, wie die internen grundlegend aufgebaut sind und wie Dateisysteme grundlegend organisiert sind. Und wie das zugehörige Interface aufgebaut ist, also wie man Low-Level darauf zugreift. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie Dateisysteme organisiert sind und wie das zugehörige Interface ausschaut. Zum Abschluss, also heute betrachten wir nochmal eine einfache Implementierung eines Dateisystems auf Basis des Very Simple File Systems. Und wie es der Name schon verrät, das ist sehr einfach aufgebaut. Wir schauen uns da anhand von dem Beispiel mal an, welche Strukturen dafür auf Disk benötigt werden, was man seinen Informationen verwalten muss und wie man auf die Strukturen zugreift. Und ich hoffe, dass Sie dann am Ende von der Einheit ein schön rundes Bild haben, wie man sowas implementiert. Also auf dem Weg werden noch ein paar Begriffe erklärt. Also wir werden nochmal sehr viel auf iNodes drauf eingehen. Der Begriff ist schon öfters gefallen. Und da schauen wir uns heute mal ganz genau an, wie das aufgebaut ist. So, welche Datenstrukturen brauchen wir eigentlich? Also die grundlegende Idee hinter den Datenstrukturen in einem Dateisystem, da haben wir zwei relevante Aspekte. Das eine ist die Datenstruktur an sich auf English Data Structures. Da müssen wir uns jetzt im Verlauf der nächsten Stunde überlegen, mit welchen Datenstrukturen sich überhaupt Daten, Metadaten auf einer Disk organisieren lassen. Weil wir können ja nicht einfach so eine Datei platt irgendwo hinschreiben. Wir müssen ja wiederfinden, wir müssen wissen, wo die Dateien liegen. Und wenn Sie sich ein bisschen Gedanken über die physikalische Anordnung der Daten gemacht haben von den letzten zwei Einheiten, dann brennt vielleicht die eine oder andere Frage bei Ihnen schon, wie man damit umgehen kann. Und das andere ist natürlich die Zugriffsmethoden. Also Access Methods auf Englisch. Also welche Methoden brauchen wir eigentlich, wenn wir Open, Read und Write verwenden wollen, um auf die Disk zuzugreifen? Also das waren ja die System Calls, die wir das letzte Mal betrachtet haben. Aber wie klappt das jetzt eigentlich, dass wir da auch wirklich am Ende auf der Datei landen? Und das schauen wir uns dann an. Das heißt, die API, die wir uns das letzte Mal angeschaut haben und der physikalische Aufbau, den wir uns das vorletzte Mal angeschaut haben, das bringen wir heute zusammen. Und dann überlegen wir uns auch noch ein bisschen auf dem Weg dahin, wie man solche Zugriffe möglichst effizient gestalten kann. Und dann schauen wir uns mal die Organisation auf der Disk an. Also zunächst, das hatten wir ja auch schon bei der physikalischen Aufteilung, müssen wir so eine Disk erstmal in Blöcke aufteilen. Und wir gehen hier jetzt einfach mal mit einem ganz einfachen Schema vor. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass unser Dateisystem Blöcke in der Größe von 4KB nutzt. Ganz wichtig, auf der Platte benutzen wir Blöcke von 512 Byte. Da hatten wir auch das letzte Mal drüber gesprochen oder das vorletzte Mal. Das ist die kleinste Einheit, wo wir einen atomaren Zugriff auf die Platte zusichern. Das heißt, wenn wir zum Beispiel beim Schreiben von so einem 4KB-Block nach dem ersten Block, also der wurde erfolgreich geschrieben und so bei Byte 513 fällt plötzlich der Strom aus. Das hatten wir genannt, Tornride war da der Begriff. Dann haben wir eben nur diesen ersten Block auf jeden Fall geschrieben und die anderen drei Blöcke fehlen noch. Und der, der erst halb geschrieben wurde, der war noch nicht, nennen wir das mal committed, also der ist noch nicht auf Platte, der ist uns erst mal verloren. Und das ist so die Gefahr bei dieser Art von Schreiben. Unsere Sicht auf die Diskpartition, also den Teil der Disk, den wir jetzt anschauen, ist also einfach eine Aneinanderreihung von Blöcken mit jeweils 4KB. Und wir adressieren diese Blöcke von 0 bis n-1, also wir fangen da klassischerweise wieder bei 0 anzuzählen, bei einer Partitionsgröße von n mal 4KB-Blöcken. Das ist das, was wir haben. Und hier unten in der Grafik, die ist jetzt identisch mit dem aus dem Buch, die ist sogar aus dem Buch. Wir fangen vorne mit dem Block 0 an und hören hinten mit dem Block 63 auf. Das heißt, wir haben hier insgesamt 64 Blöcke, mit der wir jetzt im Verlauf der Vorlesung heute arbeiten. Und das bleibt jetzt auch immer gleich. Das heißt, wir hangeln uns jetzt anhand mal dieser 64 Blöcke A4KB mal durch. Dann schauen wir uns mal an. Wir müssen diese 64 Blöcke in Bereiche unterteilen. Wir brauchen unterschiedliche Bereiche, wo ganz unterschiedliche Informationen drin liegen. Und dann fangen wir mal an mit dem Datenbereich. Auf Englisch findet man das unter dem Begriff Data Region. Und das ist der eigentliche Bereich, wo die Benutzterdaten gespeichert werden. Und wer jetzt nämlich gedacht hat, wenn ich so eine Platte habe, ich kann diese Platte komplett für die Benutzterdaten verwenden. Der hat weit gefehlt. Das sieht man jetzt hier an diesem Bildchen. Da sieht man schon, wir fangen hier bei Block 8 an und hören bei 63 auf. Das sind alles die, die mit D gekennzeichnet sind. Da können wir nachher also unsere eigentlichen Dateien reinschreiben. Wir nehmen hier zur Vereinfachung eine fixe Größe. Das heißt, wir verwenden hier die 56, insgesamt 64 Blöcke. Moderne Systeme, moderne freie Systeme, die machen das unter Umständen ein bisschen komplexer. Aber das Grundprinzip ist immer das gleiche. Aber einfach, dass wir einfach damit arbeiten können, auch was später das Berechnen angeht, bleiben wir jetzt mal bei diesen 56 Blöcken. Das heißt, wir sehen, wir können da schon mal gar nicht den ganzen Platz verwenden für die Daten. Dann ist es ja noch so, dass das Datei-System jede Menge Informationen über eine Datei verwalten muss. Da hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen und da ist ja öfters mal dieser Begriff iNodes gefallen. Die schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Aber im Prinzip sprechen wir immer von Metadaten, auf Englisch Metadata, von so einer Datei. Also nicht den eigentlichen Daten, die in der Datei drin liegen, sondern alles, was die Datei beschreibt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, welche Blöcke eigentlich eine Datei enthalten oder welche Blöcke enthalten eine Datei. Wer ist der Besitzer, auf Englisch der Owner? Welche Zugriffsrechte sind auf der Datei? Wann wurde die letztes Mal geändert? Vielleicht wann wurde die erzeugt? Und da steht alles in diesen Metadaten drin. Und diese Metadaten werden eben oder die Informationen werden eben speziell in dieser Datenstruktur gespeichert. Und das ist der iNode. Auf Englisch einfach iNode geschrieben. Also auf Deutschen gleich. Schreiben wir den gleich. iNodes werden dann wiederum in einer eigenen Tabelle, das ist die iNode Table, verwaltet. Und dafür verwenden wir jetzt erstmal fünf Blöcke. Wir fangen hier 0, 1, 2, 3. Also wir fangen bei Block 3 an und hören bei Block 7 auf. Das ist da, wo wir die iNodes reinpacken. Also jetzt ist der Begriff schon ein paar Mal gefallen. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was die iNodes sehen. iNodes sind in der Regel nicht sonderlich groß. Da stehen zwar diese Metadaten drin, aber das ist eine beschränkte Menge an Informationen. Da spricht man meistens so von 128 oder 256 Byte. Wenn ich jetzt so 256 Byte habe, dann kann ein Block, da gehen wir nochmal zurück, dann kann jeder dieser fünf Blöcke, die wir hier reserviert haben für die iNodes, kann dementsprechend 16 Nodes enthalten. Und unser gesamtes Dateisystem auf dieser Partition kann somit 80 iNodes verwalten. Und jetzt sollten Sie vielleicht auch verstehen oder vielleicht auch das erste Mal verstehen, je nachdem, weshalb die Anzahl von Dateien und Verzeichnissen auf einer Festplatte nicht nur durch den vorhandenen Speicherplatz limitiert ist. Ja, also wenn ich mir jetzt so eine Platte einstecke und die hat ein paar Gigabyte, sind wir limitiert. Also A, wie viel Platz habe ich auf der Platte? Also wie viele Daten kann ich überhaupt draufschreiben? Und wie viele iNodes kann ich da drin eigentlich verwalten? Also abhängig von dieser iNode-Table, das gibt mir die Größe an, die Anzahl der Dateien und Verzeichnisse, die ich entsprechend verwalten kann. Und für jede Datei, für jedes Verzeichnis brauche ich eben so einen iNode-Eintrag. Das heißt, wir können in unserem Beispiel jetzt mit 80 iNodes rechnen und das reicht uns jetzt auch erstmal. Echte Betriebssysteme oder moderne, nicht Betriebssysteme, moderne Dateisysteme können wir natürlich wesentlich mehr verwalten. Genau, jetzt kommt die Frage, das heißt zum Beispiel, eine leere Textdatei ist im Grunde nicht 0 Byte, sondern 0 Byte Daten plus Metadaten exakt. Also es stehen keine Daten da. Das wird jetzt noch ein bisschen schlimmer, weil unter Umständen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, geht das Filesystem hin und allokiert schon Speicher. Das heißt, es überlegt sich, wie groß ist denn normalerweise so eine Datei? Und sucht dann im Dateisystem eine gewisse Anzahl von Blöcken, also diese 512 Byte Blöcke oder auch 4K Blöcke, die aneinander gereizt sind, reserviert die schon mal für die Datei. Die werden nämlich nachher auch in diesem iNode referenziert und es wird schon mal dieser iNode angelegt. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall diese 256 Byte von dem iNode. Der wird allerdings nicht sofort angelegt, da kommen wir ganz am Ende dazu, wenn es um Caching und Buffering geht. Das heißt, so ein System schreibt das nicht zwingend, auch das Betriebssystem schreibt das nicht zwingend gleich weg. Aber im Prinzip stimmt das schon, eine leere Textdatei ist auf Platte nicht 0 Byte groß, sondern die Metadaten, also der iNode ist auf jeden Fall angelegt, plus die eventuell schon reservierten Blöcke. Da schauen wir uns jetzt alles auch gleich noch an. Jetzt kommt noch die Frage, wie sieht denn so ein iNode aus? Kann man sich den als Array vorstellen? Auch da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Es sind eben viele der Fragen jetzt schon vorweg, die kommen. Also tatsächlich ursprünglich waren iNodes so aneinandergereihte Datenstrukturen, wo das drinsteht. Und jeder iNode an sich ist eine eigene Datenstruktur, wo dann diese ganzen Informationen drinstehen. Ich habe nachher noch eine Beispielimplementierung für so ein iNode. Und diese quasi diese Datenstruktur ist dann als Array angeordnet. Beziehungsweise werden Sie auch noch sehen, es gibt da noch eine andere Variante. Aber da sprechen wir gleich alles durch. Das heißt, bleiben Sie noch ein bisschen dran, nur mal um so den Spannungsbogen noch ein bisschen aufzubauen. Also genau, iNodes hatten wir jetzt, ist eine Datenstruktur. 80 iNodes können wir verwalten, weil wir eben jetzt fünf Blöcke haben. Und jeder unserer Blöcke in unserem Beispiel 200 oder 16 Nodes verwalten kann. Dann überlegen wir uns noch was, das nennt sich Bitmap. Und zwar benötigen wir noch eine Struktur zur Verwaltung von Informationen, das nennt man Allocation Structures, welche iNodes und Blöcke noch frei und schon belegt sind. Das nehme ich jetzt noch was anderes. Ich muss ja wissen, jetzt gehen wir nochmal zurück auf das Bildchen, damit Sie das nochmal sehen. Ich habe jetzt hier iNodes drin liegen und ich habe hier Datenblöcke drin liegen. Und jetzt muss ich ja auch wissen, welche iNodes sind noch frei. Also wenn ich jetzt eben eine neue Datei anlege, muss ich ja irgendwo einen neuen iNode anlegen, den muss ich finden. Und ganz klar, ich fange ja da nicht ganz vorne an und durchsuche die komplette Liste, weil dann hätte ich einen linearen Aufwand bei jeder Dateioperation. Und bei den Datenregionen ist es ja auch. Also angenommen, ich hätte nur noch da hinten Platz, dann würde ich da vorne anfangen und einmal komplett durchgehen. Genau, dann kommt die Frage nochmal nach den Vorlesungen. Jawohl, die gibt es, die sind verfügbar. Dankeschön. So, und dass wir das verwalten können, legen wir ein Bitmap an. Also, da gibt es zwei Varianten. Also, was könnte ich machen? Die Datenstruktur haben wir schon mal kennengelernt. Eine Freelist. Das heißt, ich merke mir, das ist einfach eine verkettete Liste. Und der erste Eintrag wäre der allererste freie Block. Und der verweist auf den nächsten freien Block und der auf den nächsten freien Block. Auch da gehe ich nochmal zurück auf das Bildchen. Das heißt, ich hätte jetzt nochmal eine extra Datenstruktur, eine Liste. Und die würde zum Beispiel auf diesen Datenblock verweisen, weil das der nächste freie ist. Und der Eintrag verweist dann auf den nächsten in der Liste. Das heißt, er zeigt immer selbst auf den hier und zeigt auf den nächsten, auf den nächsten. So könnte ich mich da durchhangeln. Bedeutet aber auch, dass jedes Mal, wenn ich so einen Block beschreibe, müsste ich diese komplette Datenstruktur anpassen. Und das ist jetzt nicht ganz so optimal. Gerade wenn wir da sehr viele Blöcke haben oder wenn das, Sie kennen das schon früher, wenn so ein Dateisystem extrem defragmentiert ist. Dann gibt es eben noch die Variante 2. Das ist ein Bitmap und das ist das, was wir auch verwenden wollen. Das legen wir zweimal an. Und zwar legen wir einmal eine Datenstruktur an für den Datenbereich. Auf Englisch Data Bitmap. Und einmal so eine Datenstruktur für die Inode Table. Das ist dann unser Inode Bitmap. Und in der Diskorganisation, also wie sieht das dann aus, nutzen wir jeweils einen Block für die Bitmaps. Das heißt, wir haben hier einmal den Block für den Inode Bitmap und hier einmal den Block für den Data Bitmap. Also der hier bezieht sich auf die Inodes und der Data Bitmap bezieht sich auf diesen kompletten Data Region Bereich. Und jedes Bit in diesem Block wird jetzt eben verwendet, um anzuzeigen, ob so ein Block frei ist, frei oder belegt ist. Und jetzt überlegen Sie sich vielleicht schon, wie kann das funktionieren und woher weiß man eigentlich, wo dieser Block liegt. Weil das ist jetzt so noch diese ganz spannende Frage. Auch wenn ich weiß, der fünfte ist frei, woher weiß ich das eigentlich, wo der liegt. Und da führen wir jetzt noch eine weitere Datenstruktur ein. Und das ist der sogenannte Superblock. Und das hatten Sie gesehen, da war jetzt vorne noch einer frei. Und dieser Superblock, der liegt dann normalerweise im ersten Block. Und der enthält Informationen über das Dateisystem an sich. Zum Beispiel steht da drin, wie viele Inode und Datenblöcke gibt es eigentlich. Da sind wir dann quasi da hinten. Also was sind eigentlich die eigene Blöcke. Und dann, wo beginnt eigentlich die Inode Table. Das heißt, ich gebe diese Adresse hier, wo die Inode Table anfängt. Dann steckt da auch noch eine Art Magic Number drin, um das Dateisystem zu identifizieren. Also nach irgendeiner Konvention kann man dann da auch rauslesen, okay, das ist jetzt hier Very Simple File System oder X2, X3, ReiseFS oder was es da alles Mögliche gibt. Und wenn jetzt ein Dateisystem gemountet wird, wie das geht, haben wir uns das letzte Mal angeschaut. Dann geht das Betriebssystem eigentlich hin, liest erstmal diesen Superblock aus, also diesen einen Block da vorne. Und dann weiß es ganz genau, wie das Dateisystem aufgebaut ist. Es kennt plötzlich diesen Inode Bitmap, es kennt das Data Bitmap. Es kennt die Inode Table an der Stelle, weil die Adresse habe ich jetzt. Ich habe die Länge von den Inodes und kenne dann auch die Größe von der Data Region, weil ich weiß ja, wo die anfängt. Das ist so, ist jetzt mein eigentliches Dateisystem aufgebaut. Was ist, wenn Bitfehler auftreten? Dann würden ja Datenblöcke, die da sind, als nicht vorhanden erkannt werden. Genau, also grundsätzlich wäre das so, wenn hier ein Fehler auftritt, dann, wenn hier ein Fehler auftritt und an Stelle von einer 1 plötzlich 0 drin stehen würde, dann würde ich eben denken, das ist frei und könnte da entsprechend Daten reinschreiben. Da gibt es aber auch Mechanismen, dann systemseitig, wie das überwacht wird oder wie man das überwachen könnte. Also da stecke ich jetzt im Detail nicht drin, das ist eine spannende Frage. Aber persönlich würde ich jetzt zum Beispiel erstmal hingehen, wir hatten ja zum Beispiel die XOR-Operation kennengelernt. Man könnte ja zum Beispiel hingehen und über die Bitmaps ein XOR legen und dann ein Prüfbit anlegen, wo man dementsprechend auch rausfinden könnte, ob ein Fehler drin vorliegt oder nicht. Und entweder waren das Algorithmen schon mal dran oder vielleicht haben sie die auch noch in Algorithmen-Datenstrukturen. Es gibt ja auch dann entsprechende Algorithmen, die auch fehlerkorrigierend sind, wo man dann zum Beispiel einen Fehler auch korrigieren könnte an der Stelle. Also da gibt es durchaus verschiedene Varianten. Problematischerweise ist es wahrscheinlich eher, wenn dann der Superblock defekt wird, weil den könnte ich jetzt auch nicht verschieben. Also auf einer Platte oder auf einer Partition könnte ich ja immer noch sagen, na wenn jetzt mal schon mein Index-Bitmap kaputt ist, wenn ich das erkannt habe, könnte ich das ja irgendwo anders hinpacken und dann referenziere ich das vielleicht anders. Das wäre ja noch so ein Fallback. Aber wenn der Supernode erstmal kaputt ist, dann habe ich ja Probleme, weil der fängt ja immer oder ist ja immer an diesem Block 0. So, aber das ist mal so der grundlegende Aufbau von dem Dateisystem. So, dann hat man noch die Dateiorganisation, also den iNode, wie das eigentlich aufgebaut ist. Die Frage kam ja schon. Da fangen wir einfach mal an. Also iNode oder Index-Node, da kommt das eigentlich her. Und warum heißt das Index-Node? Weil früher war das tatsächlich ein Array. Da war diese Datenstruktur als Array angeordnet. Und da hat man eben über den Index drauf zugegriffen. Und das ist eine grundlegende Datenstruktur, die ist auf ähnliche Weise vermutlich in allen Dateisystemen zu finden. Das heißt, Sie werden eigentlich in jedem Dateisystem ein iNode finden. Und den lässt man, oder der heißt auch aus historischen Gründen meistens so, oder eine analoge Datenstruktur. Jeder iNode wird über ein iNode oder über eine iNode-Nummer referenziert, also diese iNumber. Und in den Einheiten sie vor hatten wir ja schon mal Datenstrukturen aufgebaut. Und wir hatten das bisher immer Low-Level-Name genannt. Also das ist nichts anderes als diese iNumber. Mittels von so einer iNode-Nummer ist es dann relativ einfach im Dateisystem die Position von so einem iNode auf der Disk zu berechnen. Und das machen wir jetzt auch einmal, dass Sie sehen, wie das funktioniert. Also die iNode-Berechnung, da haben wir jetzt einmal in dem Bildchen so ein Close-Up in unsere iNode-Table. Da gehe ich nochmal hoch. Da sprechen wir jetzt quasi hier von diesem ersten Teil, also die Blöcke 0 bis 8. Da haben wir jetzt einmal so reingezoomt. Und in unserem Beispiel haben wir eine iNode-Table mit insgesamt 20 KB. Das sind jetzt 5 Blöcke a 4 KB und 80 iNodes a 256 Byte. Das hat sich ja aus dieser Restriktion ergeben. Die iNode-Region bei uns startet jetzt bei 12 KB-Adresse. Das wäre eben hier, wo der 0. Block anfängt. Das iNode-Bitmap startet bei 4 KB, da sind wir hier vorne. Das Data-Bitmap startet bei 8 KB, da sind wir da. Also die sind jeweils 4 KB, also genau ein Block groß. Und der Superblock startet bei uns nach Konvention bei 0 KB. Also direkt bei 0 stehen die Informationen drin. Was passiert jetzt, wenn wir sagen, ich brauche iNode Nummer 32? Dann müssen wir nun erstmal den Offset in der iNode-Table berechnen. Was machen wir da? Da gehen wir hin und sagen 32, weil das ist unsere iNode-Nummer, die wir haben. Mal die Größe von einem iNode. Und dann kommen wir genau bei 8192 raus. Und das ist bei uns 8 KB. Oder nicht nur bei uns, immer ist das 8 KB. Das heißt, wir kommen da genau bei 8 KB raus. Und jetzt gehen wir hin und addieren dieses Offset auf die Startadresse der iNode-Table. Die Startadresse kennen wir ja, die steht ja im Superblock drin. Das sind hier die 12 KB. Und wenn wir jetzt die 12 KB plus diese 8 errechnete KB addieren, dann kommen wir genau bei 20 KB raus. Und wenn wir jetzt einfach mal hier schauen, wo die 20 KB sind. Genau, da landen wir genau hier. 20 KB. Und das ist da oben die 32. Das heißt, wir haben hier genau an dieser Adresse, also 20 KB ist die Adresse. Genau hier haben wir jetzt den entsprechenden Block iNode gefunden. Also so einfach findet man da hier die Adresse. Und jetzt wissen Sie aber, eine Disk lässt sich ja nicht byteweise adressieren. Also wir können auf so eine Disk nicht an ein beliebiges Byte springen. Sondern wir hatten ja gesagt, wir lesen immer 512 Byte-Blöcke von Platte. Jetzt mal so als Standardkonvention. Das heißt, wir müssen immer so einen kompletten Block lesen. Und jetzt, also Block war ja auch analog zu Sektor auf der Disk. Und jetzt müssen wir hier nochmal die Adresse berechnen. Und jetzt habe ich hier mal einmal die Formel für Sie und auch beschrieben, wie sich das berechnet. Das ist, wenn Sie das aus dem Buch lesen, ist es wirklich im Fließtext beschrieben. Und hier nochmal genau erklärt. Also wir haben 20, das sind die 20 KB. Das ist die, oder die, genau die 20 KB. Das war die zuvor berechnete Adresse. Mal 1024. Warum jetzt? Weil 1 KB eben 1024 Bytes sind. Also 20 mal, ups, das verrutscht, mal 1024. Und dann haben wir ja gesagt, was ist denn die adressierbare Sektorgröße auf Disk? Das sind die 512 Byte. Und wenn man sich das mal durchrechnet, bekommen wir als zu lesenden Sektor auf Disk Sektor 40. Das heißt, das ist der Sektor, den wir auf Platte rauslesen müssen, um diesen, um iNode 32 rauszulesen. So kommt man an der Stelle ran. Allgemein die Form dafür ist, der Block ist die Einnahme mal die Size von dem iNode, geteilt durch die Block Size. Das ist die Berechnung hier. Und der Sektor ist dann der Block mal die Block Size plus die iNode Startadresse, geteilt durch die Sektor Size. So kommt man dann da drauf. Das sind so die beiden Formeln, die man sich dann da mal anschauen kann. Jetzt kam ja die Frage, wie ist so ein iNode aufgebaut? Also wie kann man sich diese Datenstruktur vorstellen? Und normalerweise stecken da alle Informationen drin, die man über eine Datei benötigt. Und die sollten auch in so einem iNode gespeichert sein. Und auf der rechten Seite hier ist mal vereinfacht, aus dem Fallsystem X2, ein iNode dargestellt. Das heißt, da sieht man dann immer die Größe, der Name von dem Eintrag und was es eigentlich bedeutet. Also wir haben zum Beispiel ein iNode. Das heißt, kann die Datei gelesen, geschrieben oder ausgeführt werden? Wir haben eine User-ID drin stehen. Das heißt, wer, wem gehört das eigentlich? Also wer ist der Owner von der Datei? Wie viele Bytes in die Datei steht da drin? Wann wurde die Datei oder das letzte Mal auf die Datei zugegriffen? Dann, wann wurde die Datei erzeugt? Das sind immer so Informationen, die man auch angezeigt bekommt. Wenn man zum Beispiel auf dem Dateisystem arbeitet, da hatten wir auch das letzte Mal ein paar Beispiele dafür. Und die Informationen, die Sie da bekommen, werden genau aus dieser iNode-Struktur rausgelesen. Dann zum Beispiel auch, wann wurde der iNode gelöscht? Das kann auch noch drinnen stehen, weil man wirft den vielleicht nicht gleich weg. Dann, zu welcher Gruppe gehört die Datei? Also wir haben ja einmal die User-ID, einmal die Gruppe. Das kennen Sie auch noch von den Berechtigungsstrukturen. Dann, wie viele Hardlinks zeigen auf die Datei? Da erinnern Sie sich vielleicht auch, wir haben das letzte Mal angeschaut, wie funktioniert das mit Hardlinks? Wenn ich eine Datei lösche, ich habe einen Hardlink da drauf, dann speichern wir uns da im iNode immer nur die Anzahl der Hardlinks. Und wir wissen, eine Datei kann erst gelöscht werden, wenn die Hardlinks auf 0 steht. Und das ist genau die Stelle, was hier steht. Das ist dieser Link-Count. Dann haben wir, wie viele Blöcke wurden für die Datei allokiert. Also das ist ein Block, vier Blöcke, die man braucht. Dann gibt es noch einen Expo-spezifischen Fleck. Ein Betriebssystem-spezifisches Fleck. Und hier gibt es noch mal in einer relativ groß die Blöcke. Und das sind die Pointer auf die Disk, also auf die Blöcke, die man direkt adressieren kann. Dann die Datei-Version haben wir hier noch. Und wir hatten das letzte Mal ja bei Berechtigungsstrukturen nicht nur gesagt, wir können das über die Permission-Bits setzen, denn man kann ja auch was wie eine Access-Control-List anlegen. Und das wäre hier das alternative Zugriffsmodell, was man dann wohl auch in Expo verwenden kann. So, und jetzt schauen wir uns die Blöcke noch mal ein bisschen genauer an. Und zwar diese Zeiger, die da drin stehen, das sind eben Zeiger auf Blöcke, die man lesen möchte oder wo die zur Datei gehören. Und die sind da drin zu finden. Und jetzt merken Sie vielleicht ein Problem. Für eine Datei kann ja nur eine bestimmte Anzahl Blöcke verwendet werden. Und wenn wir gesagt haben, jeder Block ist so und so groß, dann hat ja plötzlich bei einer Anzahl oder bei einer maximalen Anzahl von Dateien, von Blöcken, Entschuldigung, von Pointern, haben wir plötzlich eine limitierte Dateigröße. Also wir kommen plötzlich nicht mehr über eine bestimmte Größe für eine Datei. Und das wollen wir eigentlich nicht haben. Und dafür gibt es eine Lösung. Da haben Sie vielleicht auch schon eine Idee. Wie kann man größere Dateisysteme unterstützen und größere Dateien unterstützen? Und die Lösung an der Stelle sind indirekte Zeiger. Nennt sich auf Englisch Indirect Pointers. Und anstelle auf einem Block zu zeigen, der Benutzerdaten enthält, das heißt, man zeigt dann nicht, da gehe ich nochmal kurz hoch, dass Sie das Bildchen hier auch haben, man zeigt dann da drin nicht auf die Blöcke, also nicht auf die jeweiligen Blöcke, die man hat, sondern in so einem Block liegen eben keine Nutzerdaten drin, sondern ich gehe hin und schreibe in diesen Block einfach noch mehr Zeiger rein. Und die Zeiger zeigen wiederum dann auf die Blöcke, wo die eigentlichen Daten drin stehen. Oder, wenn man möchte, kann man das noch weiter verschachteln. Also der Zeiger zeigt auf einen anderen Block und in dem Block stecken noch mehr Zeiger drin, die wieder auf mehr Blöcke zeigen. Also kann das immer größer werden. Das heißt, im Prinzip habe ich dann keine Einschränkung der Dateigröße mehr, was die Anzahl der Blöcke angeht. Das ist hier in dem Bild, da gibt es tatsächlich mal eine schöne Illustration auf der Wikipedia. Das heißt, hier habe ich die Einhauts mit den ganzen Informationen drin und die zeigen eben mit Direct Pointers auf die Datenblöcke. Und hier habe ich eben zwei, die zeigen auf einen anderen oder auf jeweils einem Block und der enthält wieder Zeiger auf andere. Der hier, also dieser Block, hat dann direkt die Zeiger auf die Datenblöcke. Das heißt, ich habe hier plötzlich, wie ich es nicht mehr, die ich verwenden kann. Und der hier selbst zeigt wieder auf Blöcke mit neuen Pointern, die wieder auf Datenblöcke zeigen. Und das könnte ich natürlich beliebig verschachteln. Und das ist eben so ein Multi-Level-Index. Und hier vielleicht noch ganz, genau, UID, User-ID, weil die Frage noch kommt, wir hatten das vorher genau. Wo war denn das? Die Frage hatte ich, dass wir es haben, genau, User-ID. Wenn ich zum Beispiel im Linux-System bin, bekommt jeder User, der da angelegt wird, eine eindeutige ID. Und über diese ID kann ich so einen User auch identifizieren. Und dann befinden sich die Pointer-Blocks dann trotzdem noch unter dem Super-Block. Zum Beispiel überlegen, was bedeutet unter dem Super-Block. Also im Super-Block stehen nur die Adressen, wo die Bereiche anfangen. Und die Adresse von dem Blog, die steht da drin. Also da steht wirklich die Blog-Nummer drin, auf die ich zeige. Also wenn ich da oben bin, habe ich hier eben, ich referenziere Blog 1, 2, 3, 4, 5. So wird man da hingehen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Also Super-Block beschreibt nur, wo die Bereiche anfangen. Und die Inodes zeigen dann ganz konkret auf die Datenblöcke. Das heißt, wenn ich mal davon, ich nehme jetzt einmal als Beispiel, ich hätte hier diese ersten 8 Datenblöcke. Das ist genau eine Datei. Das ist jetzt Zufall, dass es super geklappt hat. Und das wäre auch mein erster Inode. Dann würden da drin eben die Referenzen auf diese Datenblöcke stehen. Also quasi von der 8 bis zur 15. Wer das jetzt vielleicht ein bisschen gesehen hat, also wenn man sich das Bildchen anschaut, das, was da jetzt plötzlich aufgebaut wird, das ist ein in- oder nicht balancierter Baum oder englisch ein Unbalanced Tree. Das heißt, dieser Baum kann sich mit der Zeit so auf eine Seite verschieben. Da fragt man sich jetzt, warum mache ich das eigentlich? Weil, wenn Sie die letzten Vorlesungen aufgepasst hatten, wir hatten ja sowas wie den Links Complete Fair Scheduler. Und der verwendet ja im Speziellen diese Rot-Schwarz Bäume, dass die möglichst balanciert sind, weil darauf kann man die Operationen, Löschen, Einfügen, Suchen etc. sehr effizient gestalten. Und in einem nicht balancierten Baum, da kann das durchaus einen sehr großen Aufwand verwenden. Und da ist es einfach so, es gab ganz, ganz viele Forscher, die haben sich immer wieder mit Dateisystemen beschäftigt und haben sich dann überlegt, wie werden eigentlich so Dateisysteme genutzt. Und da, und diese Annahme hält sich bis heute, hat man herausgefunden, dass eigentlich die Anzahl der kleinen Dateien im Dateisystem überwiegt. Das heißt, die Einträge, die direkt auf den Datenblock verweisen oder vielleicht maximal ein Level haben, die überwiegen einfach. Und das ist, wenn man sich das mal anschaut, ich hatte gestern Abend mal für Sie extra noch über meine 512 GB Platte mit WinDistat mal einen Lauf gemacht, um zu sehen, wie viele kleine und große Dateien gibt es eigentlich. Und da sieht man das recht schön. Die richtig großen Dateien, das sind vielleicht die lila Dateien hier, die gelben da, die grüne hier. Und bei dem Bereich, das hält sich so, die Waage, das sind die größeren Dateien, die man da findet und die kann man an zwei Händen abzählen. Was dann plötzlich interessant wird, sind diese Bereiche hier, wo sehr, sehr viele kleine Dateien drin liegen und die überwiegen einfach im Dateisystem. Weil da drin stecken viel, viel mehr Dateien als im kompletten restlichen Bereich. Ich glaube, ich hatte ein Verzeichnis gefunden, wo die Gesamtzahl der kleinen Dateien die Anzahl der gesamten oder der restlichen Dateien überstiegen hat. Aber dieser komplette Ordner hat vom Volumen her, hat er noch nicht mal eine der großen Dateien ausgemacht. Also da sehen Sie, wie verschoben das eigentlich ist. Und deswegen macht es da eigentlich auch gar keinen Sinn, dass man sich eine andere Datenschutz überlegt. Aber das einfach als kleiner Exkurs für Multilevel-Indexe. Wenn Sie es interessiert, ich habe das Tool dann auch nochmal verlinkt. Das ist ein Open-Source-Tool, was Sie bei sich laufen lassen können. Jetzt hatten wir über Dateien gesprochen und dann haben wir noch eine Baustelle offen. Das sind ja Verzeichnisse. Also was sind eigentlich Verzeichnisse und wie werden die organisiert? Und in der Regel enthalten Verzeichnisse nur eine Liste von Einträgen. Das hatten wir das letzte Mal schon angesprochen. Mit einem Namen, also das, was man tatsächlich lesen kann, und einer Ein-Nummer. Also da, wo dann die weitere Information drin steht. Das heißt, jede Datei oder Verzeichnis in einem Verzeichnis entspricht genau so einem Eintrag. Und wenn Sie auf der Konsole dann DIA oder LS machen, je nach Betriebssystem, dann wird eigentlich nur diese Liste ausgeben. Was Sie nicht angezeigt bekommen, normalerweise, ist dann die Ein-Nummer. Die können Sie sich dann zum Beispiel bei LS mit minus I, glaube ich war das, anzeigen lassen. Und dann können wir uns hier mal so eine Tabelle anschauen. Da steht dann zum Beispiel die Ein-Nummer drin. Dann gibt es hier noch was, ein Record-Length. Da sage ich gleich was dazu. Dann gibt es die String-Length und es gibt den Namen, der drin steht. Das wäre quasi die Liste. Also die Liste, die da drin steht, ist nicht wirklich ein Tupel. Da stehen noch ein paar mehr Informationen drin. Der Name kann ja variable Länge sein und deswegen schreibe ich immer dann hier die String-Länge mit rein. Und warum habe ich jetzt nochmal die Record-Länge? Also die Record-Länge ist die gesamte Länge von diesem Eintrag plus eventuelle Leerzeichen. Und jetzt können Sie sich mal überlegen, warum speichere ich da drin eigentlich Leerzeichen ab? Und die Idee dahinter ist eigentlich, überlegen Sie sich mal Folgendes. Sie gehen jetzt hin und löschen ein Verzeichnis. Das heißt, Sie müssen diese Tabelle hier anpassen. Und wenn Sie jetzt das Verzeichnis löschen und löschen, nehmen wir mal den Eintrag hier mit einer String-Length von 4 raus und würden den rauslöschen. Und angenommen, der ist hier oben und Sie haben jetzt hier nicht nur die drei Dateien drin liegen, sondern Sie haben da jetzt 5000 Dateien drin liegen. Dann müssen Sie jetzt hingehen und diese Tabelle komplett neu strukturieren, wenn Sie das wirklich komplett rauslöschen und jeden dieser, was da übrig bleibt, eine 4097 Eintrag, 4997 Einträge, müssen jeden Eintrag nacheinander eins hochkopieren und das ist extrem ineffizient. Das heißt, was macht man an der Stelle einfach? Man löscht jetzt diesen Eintrag raus. Jetzt nehme ich mal das FU. Ich würde FU weglöschen, wenn das jetzt zum Beispiel eine Datei war. Ich lösche die weg. Das heißt, dieser Eintrag wird zum Beispiel auf 0 gesetzt. Der komplette Eintrag ist 12 lang. Da steht ja auch nichts mehr drin. Und wenn ich jetzt wieder was Neues eintrage im Dateisystem, eine neue Eindnummer, weil ich ein Verzeichnis erzeugt habe oder eine neue Datei reinkopieren möchte, dann kann ich eben hingehen und genau diesen Eintrag nutzen, solange der String, den ich reinschreiben möchte, maximal 12 Zeichen lang ist. Wenn er länger wäre, würde ich eben einen anderen Eintrag suchen. Aber so kann man das eben geschickt benutzen, indem man einfach was rauslöscht und dann was Neues reinschreibt, was nicht mehr oder maximal so groß ist. Das heißt, man geht da hin und setzt zum Beispiel so einen Eintrag auf eine reservierte Nummer, eine Nummer. Das wäre zum Beispiel dann die 0. Und dann kann man so einen gelöschten Eintrag eben kürzer schreiben. Nur als kleine Information, Listen an der Stelle sind nicht immer das beste Mittel der Wahl. Das gibt dann manche Dateisysteme, die verwenden wieder eine eigene Datenstruktur. Das sind sogenannte B-Bäume. Da haben sie eine bestimmte Anzahl an Knoten, die dann quasi unter einem Elternknoten hängen können. Und wenn die eine gewisse Anzahl übersteigen, damit Sie es einmal gehört haben, wie die grundlegend funktionieren, wenn die eine gewisse Anzahl übersteigen, dann wird dieser Knoten aufgeteilt. Das heißt, ein Teil geht in den linken Knoten, ein Teil geht in den rechten Knoten. Und das mittlere Element, das bisher da drin war, das wird dann das neue Elternelement. Und so kaskadiert das dann nach oben. Und das ist so eine der Besonderheiten bei B-Bäumen. Also die Knoten werden immer größer, bis sie quasi aufplatzen. Dann gibt es zwei neue Knoten, wandert nach oben. Das geht natürlich hoch bis zum Hut. Und deswegen ist der B-Baum auch der einzige Baum, der nach oben wächst. Das heißt, wenn sie ganz oben angekommen sind und einer der ersten Kindknoten platzt auf, dann wird da, oder der Hutknoten hat eben entsprechend viele Einträge und der platzt auf, dann wird ein neuer Hutknoten erzeugt. Das heißt, ein B-Baum wächst immer nach oben Richtung Wurzel, also wenn man die quasi von oben malt und nicht nach unten. Also das ist so ein Unterschied zu anderen Bäumen. Genau, jetzt hatten wir einiges, wir haben uns mal angeschaut, wie Verzeichnisse allokiert werden. Und dann haben wir, glaube ich, jetzt noch einen offenen Punkt und das ist das, oder der vorletzte Punkt, das ist das Free Space Management. Und zwar wollen wir da feststellen, welche Speicherbereiche eigentlich belegt sind. Also konkret, welche Inodes und welche Datenblöcke nutzen wir eigentlich. Und dafür verwenden wir die Bitmaps. Und da gehen wir wirklich nur hin und legen eine Datei an. Oder andersrum wird eine Datei angelegt, dann wird ja zunächst immer ein Inode angelegt. Also das war die Frage, die vorhin kam, wenn ich eine leere Textdatei habe. leere Textdatei anlegen, dann wird zunächst erstmal so ein Inode angelegt. Dafür muss ich in das Inode Bitmap reingehen und prüfen, wo da eben noch ein Eintrag frei ist. Und das gleiche mache ich auch für den Datenblock. Das heißt, wenn ich ja genau einen Datenblock brauche, dann gehe ich in das Data Bitmap rein und prüfe, wo ist eigentlich noch ein Datenblock frei und den kann ich dann entsprechend reservieren. Jetzt geht man manchmal hin und sucht eben nicht nur einen Datenblock, sondern man sucht nach einem zusammenhängenden Satz von freien Datenblöcken. Das machen zum Beispiel X2 und X3. Das heißt, die schauen dann wirklich, wo habe ich mehrere solche Blöcke frei. Das heißt, man schaut dann einfach in den Bitmap nach, wo gibt es mehrere, die frei sind, also mehrere Nullen, die hintereinander stehen. Und durch so eine sogenannte Pre-Allocation Policy wird sichergestellt, dass ein Teil der Datei in einem fortlaufenden Sektor gespeichert wird. Und da wissen Sie wahrscheinlich noch, warum. Wir sind ja, als wir mal um die Hardware angeschaut haben, sind wir davon ausgegangen, dass sequenzielle Lese- und Schreib-Operationen, also Blöcke, die hintereinander liegen, mal per se die schnellsten Operationen sind, die wir haben. Weil es sich auch physikalisch gesehen ein Block nach dem anderen befindet und die Neuausrichtung, also das Seeking vom Schreib-Lese-Kopf nicht notwendig ist, weil ich dann zum Beispiel auf dieser entsprechenden Spur bleibe und dann eben den nächsten Block lesen kann. Das heißt, deswegen versucht man das auch mit Datei-System-seitig schon zu unterstützen und sich da eben entsprechend viele Blöcke im Vorfeld zu allokieren. oder eben was zu suchen, was ineinander liegt. Deswegen ist man früher auch gerne hingegangen und hat Festplatten defragmentiert. Das heißt, man hat versucht, wieder möglichst große Speicherbereiche freizuschaufeln, die beieinander liegen. Also jetzt schauen wir uns mal die Zugriffspfade an, einmal beim Lesen und einmal beim Schreiben, wobei die unterscheiden sich nicht signifikant. Als Beispiel aus dem Buch wollen wir eine Datei bar lesen, die in einem Ordner fu liegt, der auch direkt auf dem root liegt. Also wir haben eine relativ geringe Verschachtelung. In unserem Fall ist die Datei 12 kb groß, also entspricht genau drei Blöcken. Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir diesen syscall open aufrufen? Das heißt, wir werfen da erstmal den String rein, also fu bar, die Datei, die wir gerne hätten und das ist alles, was wir jetzt haben. Also das als Betriebssystem und als Dateisystem kennen wir jetzt nur fu bar. Gebe noch die Parameter an, das wäre mit read only, da fehlt jetzt noch ein Komma, das werde ich noch korrigieren. So, zunächst benötigen wir also ein paar Informationen über Berechtigung, Dateigröße und so weiter. Also müssen wir erstmal den iNode finden. Und zwar nur mit dem Pfadnamen. Das heißt, wir haben jetzt den Pfadnamen fu bar und jetzt steht ja leider das nicht so in den iNodes exakt drin. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Pfadnamen traversieren. Das heißt, zum Glück kennen wir ja den iNode mit der Nummer oder der iNode-Nummer vom Root. Also wir fangen ja hier auch bei dem Pfad mit dem Root an und in den meisten Unix platierten Systemen ist das die Nummer 2. Das wissen wir eigentlich als Betriebssystem und das Dateisystem weiß das. Die ist jetzt eben die 2, wo der iNode liegt. Also lest wir im Dateisystem erstmal den Block mit der iNode-Nummer 2. Genau, ich bekomme hier den Hinweis, es fehlt kein Komma, es ist Underscore, genau, Read-Only. Da kommt ein Underscore hin, das hat es aus irgendeinem Grund nicht getippt gehabt. Dankeschön für den Hinweis. Genau, also lesen wir jetzt erstmal den Block, der die iNode-Nummer 2 enthält. So, wie geht es dann weiter? Jetzt finden wir in dem Datenblock von dem iNode die Einträge des Root-Verzeichnisses, also alles, was da drin steht. Also wir sehen, da fehlt auch nochmal das Underscore. Immerhin ist der Fehler konsequent. So, jetzt haben wir alle Einträge für das Root-Verzeichnis, also können wir hier jetzt auch nach den Einträgen von Foo suchen. Gegebenenfalls müssen wir auch mehrere Datenblöcke durchsuchen, weil das vielleicht nicht im ersten drin steht. Wenn wir das jetzt endlich gefunden haben, kennen wir ja die eine Nummer von Foo, das wäre die 44. Jetzt suchen wir aber nicht Foo, sondern wir suchen ja den Eintrag Bar. Bei uns ist das jetzt die Datei, die so heißt. Das heißt, wir müssen jetzt da auch nochmal das Bar durchsuchen, den 44er nach dem Bar durchsuchen. Das heißt, diesen Vorlang wiederholen wir so lange, bis wir den eigentlich gesuchten Einode gefunden haben. Das wäre bei uns dann eben die Datei Bar. Wenn wir den jetzt gefunden haben, laden wir den Einode in den Speicher und das allererste, was wir dann machen, ist mal die Zugriffsrechte prüfen. Das heißt, wir hatten schon relativ viele I-O-Zugriffe, bis wir überhaupt mal gefunden haben, ob wir überhaupt auf die Datei zugreifen dürfen. Sie erinnern sich, User-ID Zugriffsrechte stehen im Einode. Jetzt kann man hingehen, den File-Descriptor erzeugen. Das ist dann das, was er unser Prozess braucht. Die Datentruktur hatten wir das letzte Mal angeschaut und die kann dann eben in die Open-File-Table von dem Prozess eingetragen werden. Und ab jetzt können wir eigentlich erst aus der Datei lesen. Das heißt, für den ersten Lese-Vorgang wird dann einfach mal im Einode nach dem entsprechenden Block gesucht, wo die Daten dann tatsächlich auf Platte liegen, bevor wir eigentlich lesen können. Gegebenenfalls gehen wir da noch hin, wenn wir gelesen haben und aktualisieren den Einode noch. Das heißt, wir müssen die Zugriffszeit noch aktualisieren. Da hatten Sie vorhin ja den Eintrag gesehen. Genau, das ist alles, was wir mal machen müssen, nur um aus der Datei zu lesen. Die Anzahl der IO-Operationen steigt entsprechend mit der Pfadlänge. Das heißt, wenn ich jetzt eine Pfadtiefe von 100 Pfaden hätte, dann müsste ich tatsächlich hunderte Male auf Platte nachlesen, weil ich hunderte von Einode lesen muss, bis ich durch den kompletten Pfad traversiert bin und bei der eigenen Datei bin. Das ist das Problem, wenn ich eine entsprechende Datei suche. Beim Schreiben ist es grundlegend genauso. Die Suche nach der Datei läuft im Prinzip genauso ab. Allerdings muss hier gegebenenfalls ein Block allogiert werden. Entweder ist es so, dass da, wo ich hinschreiben möchte, ein Block existiert. Wenn ich Daten überschreibe, wenn es die Datei aber noch nicht gibt oder die Datei plötzlich wächst, also mehr Speicher brauche, als die eigenen Blöcke sind, dann muss ich auch einen Block allogieren. Damit werden mehr, in dem Fall sogar 5 IO-Operationen muss erst mal das Data Bitmap lesen, ich muss das Bitmap schreiben, weil ich habe ja neuen Status auf Disk, dann muss ich den iNode lesen und dann muss ich abschließend den Block selbst schreiben. Das sind die Operationen, die da zusammen laufen. Und bei der neuen Datei muss sogar noch Platz allogiert oder gefunden werden. Wenn ich wieder an dem Punkt bin, mir reicht ein Block nicht aus, ich brauche vier Blöcke, dann muss ich eben entsprechend viele Blöcke auch finden, die ich allogieren kann. Und das muss ich dann alles machen, bevor ich überhaupt schreiben kann an der Stelle. Abschließend schauen wir uns dann mal noch an, wie das Cachen und das Puffern grundlegend funktioniert. Jetzt haben wir schon beim Erzeugen von der Datei eine recht große Menge an I-O-O-Operationen. Aus dem Grund gehen Dateisysteme gerne hin und nutzen dafür massiv den Hauptspeicher um Daten zwischen zu speichern. Es werden möglichst viele Daten in einem Hauptspeicher gepuffert, dass man möglichst selten auf die Disk zugreifen muss. Alte Dateisysteme hatten früher etwas, das hat man Fixed Sized Cache genannt. Da konnte man hingehen und mit einem Mechanismus wie LRU, also Last Recently used, da erinnern Sie sich vielleicht an das Scheduling, am häufigst benutzte Daten im Speicher halten. Das Problem dabei ist, der Speicher, den man für den Cache reserviert hatte, oder einige Fehler reserviert ist, der kann für nichts anderes genutzt werden. Eigentlich war das früher so, man hat zum Beispiel 10% vom Speicher beim Bootvorgang schon mal allokiert und dieser Speicher war dann von vornherein blockiert, weil darin konnte man Daten entsprechend cachen. Jetzt macht man das heute ein bisschen geschickter. Moderne Betriebssysteme gehen hin und nutzen gegenüber von der zuvor genannten statischen Partitionierung, also nennt sich Static Partitioning, etwas, das nennt sich dynamische Partitionierung, auf Englisch Dynamic Partitioning. Und hier geht man jetzt hin und nimmt sich einfach mal virtuelle Speicherseiten im gesamten Hauptspeicher. Die können auch beliebig verteilt sein. Das heißt, ich reserviere nicht mehr 10%, wo ich was reinladen kann, sondern ich kann dynamisch Speicherseiten allokieren. Die hatten wir, als wir den Speicher besprochen hatten, kennengelernt. Und die kann ich jetzt alle gemeinsam allokieren. Also ich kann die quasi beliebig groß machen, hängt natürlich von der Größe von meinem Hauptspeicher ab, und kann das wiederum als in den Hauptspeicher reinladen und den kann ich jetzt entsprechend anpassen. Brauche ich nicht mehr so viel Daten, also lese ich nicht so viel von Platte, dann kann der kleiner werden, das heißt, ich kann die Speicherseiten freigeben und brauche ich plötzlich mehr Platz, weil ich öfters auf große Dateien zugreifen möchte, dann passe ich den entsprechend an, reserviere neue Seiten und nutze eben dementsprechend mehr Platz in meinem Hauptspeicher. Dann ist es eben so, das war der allererste Aufruf, wenn ich so eine Datei schreiben oder lesen möchte, noch sehr viel IO verursacht, das heißt, ich muss da komplett auf Platte durchgreifen und das auch alles machen, aber sobald ich einmal diese Daten in den Cache geladen habe, findet so gut wie keine IO mehr statt, das heißt, in dem Moment muss ich nicht mehr auf Platte schreiben und jetzt haben wir das vorletzte Mal kennengelernt, dieser Zugriff auf Platte, das ist ja das, was am meisten Zeit braucht, weil diese komplette Mechanik, die Physik da noch mit drin steckt, das Seeking haben sie kennengelernt, das ist das, was am längsten dauert, bis der Arm ausgerichtet ist, weil ich am Ende wieder entschleunigen muss, den genau positionieren muss und das kann ich an der Stelle vermeiden, weil ich die Daten einmal reingeladen hatte. Der Schreibcache, das ist jetzt noch die andere Richtung, wenn wir Daten wegschreiben wollen, der muss ja aber immer noch irgendwann auf die Disk zugreifen. Das habe ich zwar gelesen, ich habe das alles im Speicher, aber was mache ich jetzt, wenn ich was wegschreiben möchte. Da gehen so Systeme hin und fassen Operationen zu Batches zusammen, also Stapelverarbeitung im Prinzip und führen diese Operation dann als Batch-Operation aus. Da kann man zum Beispiel ein Update auf das Bitmap nehmen. Das Daten allokiert werden, kann ich das vielleicht erst mal merken und dieses Bitmap auf Platte, das schreibe ich zum Beispiel verzögert, wenn ich rauslese und irgendwann muss ich es eben auch zurückschreiben. Genauso kann ich mehrere Schreibvorgänge für Benutzerdaten erst mal wegpuffern, um die später gemeinsam durchzuführen. Das hatten wir das letzte Mal kennengelernt. Wie schnell mache ich je länger ich warte, desto länger ist natürlich die Latenz, also das Feedback, aber umso schneller werden oder effizienter werden die Schreibvorgänge. Ist der Cache, der Speicher, der unter Linux die Differenz zwischen Free, Available, RAM ausmacht? Nein, das ist tatsächlich, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich hätte gesagt, das ist tatsächlich der RAM, der noch zur Verfügung ist. oder Free and Available? Wüsste ich selber mal genau nachschauen, was das bedeutet. Vielleicht weiß es ja noch jemand im Chat, was da tatsächlich der Unterschied ist. Das weiß ich leider nicht. Genau, was hatten wir noch? Available auch Swap? Das ist ja wieder die andere Ecke, also wenn ich Hauptspeicher, also Seiten, das hatten wir das letzte Mal, genau, Swap Speicher hatten wir es in der Einheit mit Speicher, wenn ich Speicher, also Hauptspeicher habe, den ich gar nicht im Hauptspeicher behalte, sondern auf Platte auslagere. Ist aber ein guter Punkt, weil das muss man jetzt wirklich mal durch den Kopf gehen lassen, was da passiert. Es macht ja zum Beispiel keinen Sinn, den Cache von meiner Platte, also diese Seiten wieder wegzupagen auf Platte. Also da muss ich mich nachher als Betriebssystem auch dass ich eben mein Virtual Page Cache wahrscheinlich nicht auf Platte wieder weg page. Sonst haben wir da wieder Probleme. Genau, manche Operationen, die kann man auch komplett vermeiden, wenn man dieses Schreibcachen durchführt. Und zwar, wenn man eine neue Datei erzeugt, also als Beispiel, und die sofort wieder löscht, dann kann das Puffern dazu führen, dass überhaupt keine einzige I-O-Operation auf der Disk stattgefunden hat. Es wurde kein iNode erzeugt, es wurde keine Datei erzeugt und es wurden die Bitmaps auch nicht angefasst, weil das alles erst mal nur betriebssystemseitig passiert ist. Und so ein aktuelles Betriebssystem, wenn man den Zahlen glauben darf, puffern die aktuell zwischen 5 bis 30 Sekunden weg. Das heißt, wenn Sie jetzt was schreiben oder so eine Datei erzeugen und dann gleich wieder löschen, wenn das innerhalb von 5 bis 30 Sekunden passiert, kann es sein, dass das Betriebssystem die Daten noch gar nicht Richtung Platte geschickt hat, da spreche ich mir natürlich viel IO Richtung Platte, gerade wenn noch richtige Artists drunter liegen. Und jetzt haben Sie natürlich das Problem bei einem Systemcrash, dieser berühmt-berüchtige Blue Screen, da kann es natürlich sein, dass Daten verloren gehen und es gibt durchaus manche Anwendungen, für die indirektes Durchschreiben notwendig ist. Also stellen Sie sich mal eine Datenbank vor, wo Sie ein Commit aufrufen, also machen das ein Insert irgendwas into Table und machen danach ein Commit und stellen Sie sich vor, was es jetzt bedeuten würde, wenn das Betriebssystem die Daten erst nach 30 Sekunden auf Platte schreibt, wenn von diesem Commit und darauf verlassen Sie sich eigentlich als Datenbankanwender, wenn zwischen dem Commit in die Datenbank Beschreiben auf Platte eine halbe Minute vergeht. Da kann ja unendlich viel passieren in so einem Rechner. Das heißt, wir hatten das ja schon mal angeschaut, es gibt ja zum Beispiel das F-Sync, wo man dann direkt das Durchschreiben von diesen Dirty-Daten erzwingen kann und dann wird eben alles, was noch nicht weggeschrieben wurde, auf Platte persistiert.